Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Andacht. Das Thema der heutigen Andacht heißt, Schwachheit macht Sinn. Vielleicht hört es sich für dich so an, Schwachheit ist Schwachsinn. Nein, wir haben diese paradoxe Aussage, die Paulus macht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wie kommt Paulus dazu? Denn Schwachheit empfinden wir eigentlich eher als unangenehm, unerwünscht. Wer will schon schwach sein? Wenn wir über schwache Momente reden, dann sind das eher unangenehme Momente. Wenn wir Einschränkungen erleben, wenn wir Nöte erleben, Schmerzen, alles was uns schwach macht, scheint uns nachteilig zu sein. Wie kommt Paulus dazu, zu sagen, dass Schwachheit auch stark macht, dass sie Sinn macht? Nun, in meinen Augen ist Paulus immer so der starke Mann gewesen, der starke Missionar gewesen, als sie zu diesem Text in 2. Korinther 12 kam, wo Paulus schon im ersten Brief und auch hier im Kontext vorher so viel von seiner eigenen Schwachheit geredet hat, von seinen Misserfolgern, von seinen Zweifeln, von seinen Anfeindungen, die er erlebt hat. Ja, fiel es mir schon auf, dass es gar nicht so ein Höhenflug auf dem Erfolg gewesen ist bei ihm. Aber Paulus sieht das nicht nur wie etwas, was man hinnehmen muss, was man irgendwie erdulden muss, sondern er sieht Sinn in seiner Schwachheit. So, hier im Kontext dieser paradoxen Aussage sagt er in Vers 7, warum Gott ihn geschwächt hat, warum Gott ihn schwach gemacht hat. Er gebraucht starke Ausdrücke dafür, spricht vom Stachel im Fleisch, er spricht von einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt und erklärt, warum Gott ihm das gibt. Er sagt, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Ist es dir aufgefallen? Er beginnt den Satz mit der Begründung, damit ich mich nicht überhebe und beendet ihn mit dieser Begründung, damit ich mich nicht überhebe. Der Stachel im Fleisch und ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt, das ist gerade so eine gruselige, angstmachende Beschreibung, nicht wahr? Das, was Paulus erlebt, diese Dinge, so hat er es erkannt, braucht er, damit er sich nicht überhebt, wegen der Offenbarungen, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihm sehr viel von seinem Plan offenbart. Wir merken das, wenn wir das lesen. Mehr als die Hälfte des Neuen Testamentes hat an Briefen hat Paulus geschrieben. Gott hat ihm seinen Plan mit der Gemeinde offenbart und er hat ihn offen gelegt. Und hier war eine große Gefahr für ihn, überheblich zu werden, sich etwas darauf einzubilden, in die Sünde zu fallen, in die der Engel Satans oder der Engel des Lichts gefallen ist, als er sich einbildte, er könnte Gott gleich sein. Damit ihm das nicht passiert, sagt Paulus, hat Gott ihm einen Stachel des Fleisch gegeben oder ein Engel Satans, der in den Fäusten schlägt. Niemand kann mit Genauigkeit sagen, was das ist, dieser Stachel oder dieser Engel des Satans. Dass es heftig ist, das erkennen wir aus den Begriffen. Aber ich bin auch froh darüber, dass er nichts Konkretes genannt hat. So müssen wir diese Beschreibung auf alle unsere Situationen anwenden, wo wir merken, dass es uns etwas schwach macht, Schmerz verursacht, so ein Stachel im Fleisch ist. Ja, oder Faustschläge, vielleicht nennen wir das auch mal Schicksalsschläge, die wir erleben und erfahren. Das scheint uns, dass uns so etwas schwach macht. Und dann flehen wir zu Gott, dass er uns davon befreit, hat Paulus auch gemacht. Er schreibt das hier. Dreimal habe ich den Herrn darum gebeten, dass er mich davon, dass er ablassen soll. Aber Gott hat gesagt, lasst ihr an meiner Gnade genügen. Warum? Und hier erkennen wir noch einmal den Sinn dieser Schwachheit. Und er hat zu mir gesagt, Vers 9, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen oder vollendet. Darum, sagt Paulus, will ich mich am liebsten viel mehr an meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohnen. Ja, also es geht nicht nur darum, diese Schwachheit zu tolerieren, zu akzeptieren, Zähne zusammen und durch. Nein, ich möchte mich an meiner Schwachheit rühmen. Warum? Weil dann kommt die Kraft Gottes auf den Plan. Wenn ich erkenne, dass ich schwach bin und das so bekenne, wird die Kraft Gottes umso deutlicher aus meinem Leben hervorbrechen. Und deswegen sagt er in Vers 10, darum habe ich wohlgefallen. Ja, diesen Begriff müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten und Christewillen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was immer dich heute beschäftigt, was immer deine Schwachheit ist, was immer der Stachel ist oder die Fäuste sind, die dich treffen, vielleicht heute treffen, das macht Sinn. Ja, die kleinste Sünde ist schlimmer als das größte Leid. Und wenn dieses Leid mich davon abhält, mich zu überheben, in Sünde zu fallen, dann ist das gutes Leid. Und was noch bedeutsamer ist, mein Leben kann dann erst die Kraft Gottes auf den Plan bringen, umso deutlicher zum Vorschein kommen lassen, wenn ich verstanden habe, wie schwach ich bin. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Überall dort, wo du heute erkennst, ich bin schwach. Da ist ein Stachel im Fleisch. Da ist ein Schicksalsschlag. Denke daran, mit Paulus Wohlgefallen daran zu haben, sich dessen zu rühmen, dass wir schwach sind, damit die Kraft Gottes in unserem Leben und durch unser Leben wirkt. Gott segne dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!